Der zweifache Oscar-Gewinner Christoph Waltz ist zurück im Sattel und spielt im Western Dead for a Dollar von Regie-Legende Walter Hill einen Kopfgeldjäger, der nach Mexiko reist, um die Ehefrau seines Auftraggebers aus den Händen von Entführern zu befreien. Doch das mexikanische Grenzgebiet wird von profitgeilen Männern kontrolliert, an die man so leicht nicht vorbeikommt. Währenddessen reitet ein skrupelloser Krimineller und Ex-Häftling ebenfalls nach Mexiko, um dort ein neues Leben zu beginnen. Doch er hat noch eine Rechnung mit dem Kopfgeldjäger offen und schon bald kreuzen sich ihre Wege. Splendid Film veröffentlichte zuletzt Dead for a Dollar in den Standardvarianten auf DVD und Blu-ray. Außerdem wurden dem Westernstreifen mit Starbesetzung noch vier verschiedene Mediabook-Cover-Varianten spendiert. Die nicht exklusive 4K Ultra HD plus Blu-ray Variante habe ich mir für 30 Euro im Müller besorgt. Dort war ich mal wieder auf Pfand für Moviestour. Nach Abgabe meines Leerguts im Kaufland hatte ich dafür auch genügend Budget. Trotz Fasching habe ich mir die leckeren Krapfen verkniffen, aber am Gratis-Pizza-Stand bin ich Schnäppchenjäger dann doch nicht vorbeigekommen, ohne was zu probieren. Also, dann gucken wir uns einmal das Mediabook etwas genauer an. Auf der Rückseite und dem technischen Datenblatt haben wir wie immer eine Inhaltsangabe sowie ein paar Szenenfotos. Leider gibt es kein Bonus-Material auf den Disc, weder auf der 4K noch auf der Blu-ray und als Tonspuren haben wir eine deutsche sowie englische DTS-HD Master 5.1-Tonspur. Gucken wir uns einmal das Mediabook dann selbst an, sehen wir eine glänzende Beschichtung. Ja, wenn ich das im Licht der Softbox hin und her schwenke, sieht man das ganz gut. Der Druck ist richtig scharf, das gefällt mir gut. Von den Farben her ist es so, dass hier wahrscheinlich die Farbstimmung des Films übernommen wurde. Das Ganze ist mit so einem braunen Sepiaton überzogen. Da hat sich der Regisseur auch Gedanken gemacht gehabt. Kommen wir nachher nochmal dazu. Am Spine sehen wir, dass der Titel andersrum ist, als wir das von anderen Veröffentlichungen her kennen. Und auf der Rückseite haben wir unter zwei Revolvern dann auch noch die Limitierungsnummer. Limitiert ist diese Cover-Variante auf 444 Exemplare. Dass die Mediabooks von Splendid nicht zu den dicksten gehören, das wissen wir. Das macht das Ganze etwas labbrig, aber ansonsten ist das Mediabook sauber verarbeitet. Schlagen wir es einmal auf, kommt uns zuerst einmal noch etwas Werbung entgegen. Gibt ja so einige Filme im Portfolio von Splendid. Dann gucken wir uns mal das Innenleben des Mediabooks genauer an. Wir haben die Disc, die übernimmt das Motiv. Das sieht eigentlich recht cool aus. Und verarbeitet ist auch das Booklet selbst relativ sauber. Auch die gegenüberliegende Seite ist frei von Rissen. Zusammen mit der Disc sieht das Ganze dann schon richtig cool aus, wie ich finde. Dann schlagen wir das Booklet einmal auf und wir lesen einen Text von Martin Beck, Dead for a Dollar. Da beschäftigt er sich mit den Stationen des Regisseurs. War ja ein weiter Weg bis hierher sozusagen. Und wir erfahren, dass Western das Lieblingsgenre von Walter Hill ist. Der hat ja hier schon einige Filme und auch Serienepisoden produziert. Bei den Fotos ist ab und zu so ein gelber Streifen mit dabei. Das Ganze soll wahrscheinlich designtechnisch ein bisschen was hermachen. Finde ich persönlich aber störend. Ab und zu geht das auch über den Text und verdeckt dann ein paar Wörter. Bei den Bildern hätte man ruhig einen Rahmen drum machen können, wie man das hier zum Beispiel sieht. Bei dieser Booklet-Seite, das gefällt mir sehr gut. Und dann hat man wieder so einen gelben Streifen drin. Also das passt für mich nicht. Was aber passt, ist der Booklet-Text. Der ist wirklich hervorragend geschrieben. Sehr viele Hintergrundinformationen zur Produktion des Films. Und auch eben ein paar Anekdoten rund um Walter Hill. Und so ein bisschen die Angst, dass dies sein letzter Film sein könnte. Also, in sich ist es eigentlich schon ein recht gutes Media Book geworden. Es hat ein, zwei Schwächen, die ich vorhin angesprochen habe. Aber ansonsten geht das zu dem Preis mit einer 4K Ultra HD auf jeden Fall klar. Auf der Rückseite haben wir dann nochmal dasselbe Motiv wie auf der Vorderseite. Ist jetzt aber nicht irgendwas Einfallsloses. Passt ganz gut zu einem Western und kann man auch durchaus mal machen. Also, soviel einmal zum Media Book. Dann stellt sich uns letztendlich nur noch die Frage, was taugt der Film? Dead for a Dollar stammt aus dem Jahre 2022, hat eine Lauflänge von ca. 107 Minuten und eine Freigabe ab 16 Jahren. Walter Hill widmete den Film seinem Regiefreund Bud Böttiker. Das ist ein Regisseur, der vor allem in den 50er Jahren ein paar B-Western abgedreht hat. Alles so im minimalistischen Stil gehalten. Es gab wenig Geld zur Verfügung, aber doch den ein oder anderen Star zu sehen. Die waren allerdings im Film von den Charakteren her recht wortkarg. Es wurde auf Brutalität gesetzt, ein bisschen Witz und eine Story straight von Anfang bis zum Ende erzählt. Es ging hauptsächlich immer um Rache, um Gier und auch um Ehre. Und nicht anders verhält es sich dann mit dem Streifen Dead for a Dollar von Walter Hill. Man könnte auch sagen, das Ganze lag an den geringen Produktionskosten. Also das Budget wird zwar nirgendwo genannt. Es ist aber bekannt, dass Walter Hill hier hauptsächlich mit seinem guten Namen hausieren gegangen ist. Was zum einen für diese Top-A-Besetzung der Schauspieler gereicht hat. Und dann letzten Endes dann auch zu 25 Tagen Drehzeit. Und hier hat man dann vor allem auf ältere Settings gesetzt. Also Überbleibsel von vorangegangenen Produktionen. Bezahlt wurde alles mit kanadischen Dollar. Und am Ende ist dann ebenfalls eine sehr minimalistisch gehaltene Story herausgekommen. herausgekommen mit Charakteren, die sich ebenfalls sehr wortkarg geben. Es gibt hier keine ausgeklügelten oder witzigen Dialoge, wie zum Beispiel bei einem Quentin Tarantino. Und da fragt man sich schon, ist das jetzt wirklich Absicht oder hatte man einfach nicht mehr Bock? Das Drehbuch hausiert schon seit 2002 in Hollywood. Rum wurde dann 2001 nochmal umgeschrieben und umbenannt. Da ist Walter Hill hellhörig geworden, hat aber die Geschichte komplett nochmal anders gestaltet. Und hier ebenfalls dann am Drehbuch mitgeschrieben. Aber man muss sagen, Schauspieler sind auch immer nur so gut wie das Drehbuch oder der Regisseur, der sie dann in Szene setzt. Und ich muss sagen, ich war bei diesem Staraufgebot mit all den Stars, eben mit Christoph Waltz, mit William Dafoe und den anderen Schauspielern hier noch schon echt enttäuscht, dass man hier so wenig bekommt. Das heißt zwar, dass das Ganze absichtlich gemacht ist, aber wie ich jetzt vorhin schon erklärt habe, vielleicht war einfach nicht mehr drin gewesen. Wir haben ein paar Dialoge, wo es einfach nicht weitergeht. Da gibt es eine Szene, Achtung, kleiner Spoiler jetzt, wo eben die Frau in Bedrängnis gerät. Ein Typ hält ihr eine Pistole an den Kopf und Christoph Waltz zielt, schießt. Er schießt den Typen und sie sagt noch, wow, sie haben aber großes Vertrauen in ihre Schießkünste und er so einfach, nö. Und das war's. Man kommt nicht mehr und ja, es ist weder witzig noch besonders intelligent noch irgendwas. Es wird zwar gesagt, ja, die Charaktere müssen nicht viel sagen durch ihre Ausstrahlungskraft. Und das, was gezeigt wird, das reicht vollkommen aus. Aber für mich war das definitiv zu wenig. Auch die Musik ist nicht besonders ikonisch. Die kann man auch durch jeden anderen Song austauschen. Du kannst dich an nichts irgendwas erinnern, was dir im Kopf hängen bleibt. Wir haben keine schönen Kamerafahrten. Auch das habe ich im Booklet gelesen, das, wie gesagt, hervorragend ist und an dem ich mich jetzt hier auch orientiere, weil dort sehr viele Aussagen von Walter Hill zum Film aufgegriffen wurden. Und da hieß es auch, auch das ist absichtlich. Man möchte nicht ablenken mit irgendwelchen tollen Kamerafahrten. Aber wenn ich am Anfang schon so eine Szene habe zwischen Christoph Waltz und Willem Dafoe in einem Gefängnis, wo die Kamera dann hin und her schwingt, jetzt nicht unbedingt Wackelkamera, aber sowas von unruhig. Und in der nächsten Szene sitzt sie dann aber sattelfest wieder, um beim Thema Western zu bleiben. Dann frage ich mich, was ist da los? Auch wenn wir große Panoramaaufnahmen haben, dann wechselt das ab zwischen schön und dann sieht es teilweise wie nach einem missglückten, ja, oder einer missglückten Kamerafahrt aus, wo alles dann schief ist, wackelt und am Ende dann auch ein gerades Bild rauskommt. Also keine Ahnung, was da los war. Das fand ich ziemlich schade. Und wir haben von der Inszenierung her auch keine irgendwelche Besonderheiten. Wir haben zwar dieses Typische in einem Western, wo dann kurzfristig so auf die Augen per Zoom geschaltet wird. Das war in Ordnung. Es gibt ein paar explizite Szenen, die sind dann auch handgemacht. Das war in Ordnung. Wir haben keine Slow-Motions. Wir haben nichts anderes. Also der ganze Schnickschnack oder Sonstiges wurde weggelassen. Wie gesagt, man sagt, es wäre Absicht. Man könnte aber auch spöttisch sagen, man konnte es nicht oder hatte nicht das Geld zur Verfügung oder hatte auch keinen Bock irgendwie dazu. Also das ist Interpretationssache. Ich bin mir sicher, dass es für die meisten Zuschauer hier zu wenig ist am Ende, was dabei rauskommt. Wir haben zwar ein top scharfes Bild bei der 4K, aber dir nützt die beste Schärfe nichts, wenn du diesen braunen Sepia-Schleier hier komplett von Anfang bis zum Ende über den Film hast und es dann heißt, ja, das soll nicht sein, dass es irgendwie ein bodenständiger Film ist, sondern es soll irgendwie zeigen, dass alle so ausgelaugt sind von der Hitze, die Charaktere eben schon auf ihrem Zenit sind und sich hier durchquälen durch die Story. Aber auch das fand ich irgendwie eine ganz komische Interpretation oder Rechtfertigung für diesen Filter, der dann für mich ebenfalls etwas too much war. Ja, schade, ich hätte mir definitiv mehr vorgestellt. Also das Mediabock sieht im Großen und Ganzen ordentlich aus. Auch die Vorschaubilder und der Trailer sehen ordentlich aus. Aber was am letzten Ende dabei rausgekommen ist beim Film, das war für mich dann doch enttäuschend. Enttäuschend. Jo, muss ich sein. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch einen guten Einblick gewähren in die Veröffentlichung zu Dead for a Dollar von Splendid Film. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus. Ich werde euch noch ein bisschen untertiteln, zumindest auf der Geburt verursachen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.